BAM! Wir sind mal wieder live. Herzlich willkommen zu einer kleinen Partie Counter-Strike Global Offensive. Heute wieder mit mir und dem Silvan. Hallo Silvan. Und wir starten mit ein wenig Aufwärmen. Dann werde ich leider zum Essen gehen müssen, weil es bei mir heute etwas später Essen gibt. Und dann anschließend werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Ranks spielen. Je nachdem wie die Zeit das zulässt. Silvan wird mich gleich einladen, so wie ich schon kenne. Feier Rapshör, da ist er schon. Und dann kann es auch, ja da ist es schon, kann es auch direkt losgehen. Also an meine Moderatoren und alle anderen, die das eventuell noch hören können, richtet den anderen aus. Ich habe früher begonnen, weil ich nachher essen muss und deswegen das eine halbe Stunde vorzieht, dass ich nachher dann eine halbe Stunde Pause machen kann. Nur, dass alle Bescheid wissen und ja, die Frage wird eh 200.316 Mal kommen. Genauso viel Mal durchgezählt. Wir haben es ausgerechnet mit unserem Kopf. Auf die Zahl, genau, ja. Wir sind schon wieder fünf Follower vor den 1900 und dann sind es wiederum nur noch 100 bis zu den 2000. Es steigt, es steigt stetig. Wobei ich in letzter Zeit gar nicht mehr auf Social Blade geschaut habe, das ist ja auch unwichtig. Follower zu schauen, welche Map ist es. Oh, ich habe mich ja noch nie gespielt. Das 2 kennt jemand. Nein. Also ich nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, ich habe Map-Change. Unsere Theorie beim letzten Mal war, wir spielen auf Das 2, weil da spielen die Noobs. Das war irgendwie so keine gute Idee, weil wir spielen auch mit Noobs dann. Das ist mir nur im Nachhinein vor kurzem mal so eingefallen, so war vielleicht gar nicht so die schlaue Idee. Naja. Yolo, erstmal ein Mutant. Wir können natürlich auch sagen, wir spielen heute auf, äh. Hä, es ist gar nicht das 2? Nein, es hat sogar Map-Change gegeben. Also du logst dich ein und die haben gewotet und dann lässt du jetzt die erste Map, damit sie vielleicht nichts weiter lernen. I know that. I know that shit. Äh, ja, wir können heute schon auf Mirror spielen, aber da hast du halt das Problem, da spielen meistens die besseren, was ich das letzte Mal gesehen. Ja, und dann, ja, stimmt schon. Deswegen würde ich schon sagen, wieder das, ich meine, schon okay. Wir werden wieder verkacken und wir werden heute den D-Rank-Trip bekommen, also D-Rank-Trip. Was aktuell im Map wechseln, what the hell? Nein. No thanks. Die haben noch für Ja-Stimmen, ne. Wo sind denn alle? Ja, irgendwer findet sich immer für das. Aber rate mal, warum's grad eben ne Abstimmung gab und alle für ne andere Map waren. Wahrscheinlich, weil's ja nicht für fucking hell das 2 sind. Ey, das ist immer passt. Unglaublich, aber wahr. Fucking hell hat gepasst? Ja. Fucking hell das 2. Fucking shit das 2. Boah, ich treff schon wieder nix. Oh je. Meine Hände sind drauf. Kann ja, kann ja nur wieder richtig schlecht losgehen heut. Boah, da kommt schon die, 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 die... Ich bin der beste... ...Tiegel-Spieler der Welt. Das ist gut. Das ist gut. Dramatische Sehnen. Sehnen. Ich bin immer noch. Oh. Die Cap-Nolle. Alter. Bin ich schlicht und kacke. Das Spray-Down-Doh. Lol. Richtig dumm. Egal. Oh, iPhone-Nos. Hi, Silvan. Hinter uns stand da grad jemand. Okay. Oh, Mann. Oh, Atomics-Gamer schaut auch zu und schreibt, hallo. Hallo, Atomics. Oh, Gott. Ich merke schon jetzt wieder, wie ich, wie ich nix drauf hab. Am Anfang ist das immer so dramatisch schlimm, echt. Ich spiel dann immer und denk mir so, alter, alter, ich treff schon wieder nix. Und später wird's dann wieder Zeit wieder besser. Es ist in der Studie hat ergeben, dass wenn du kalte Hände hast, noch schlechter sprichst du es mit warmen Händen. Ja, das hätte ich mir fast denken können. Auch ohne Studie. Scheiß-Fucking-Hände. Scheiß-Fucking-Hände? Ja, scheiß-Fucking-Hände. Ich hab gehört, die sind noch schlechter als kalte Hände. Ja. Ich treff so nix. So richtig, richtig krass nix. Gar, gar nix. Heilige Scheiße treff ich nix. Meine Güte. Ja, wenn einer an mir vorbeiläuft, dann treff ich seinen Kopf. Wow, such a skill. Verschissene Kackdreck. Rotz-Kackdreck. Ich muss jetzt Hände werden, wenn du gleich geht. Jüngle! Bin ich gut. I'm so proud of myself. I'm so fucking proud. Ja, der eine Typ hier läuft rum, killt ein, nächster Headshot, läuft bei dem. Jojo. Genau das meinte ich mit nix treffen grad. Au, das Teiper ist so scheiße. Schau, schau. Schau, schau. Läuft bei dir. Vor allem kenn ich die Map auch nicht. Das macht die ganze Sache noch unerträglicher. Diese Map ist richtig scheiße, ekelhafter. Die Cities kommen aus allen Ecken rausgekackt. Mit rausgekackt meinigst. Die kommt von links, von rechts. Weißt du, du hast B und dann kommt sie plötzlich von hinten, von rechts und von links. Die ist eben so City-Sighted. Also das, was City-Sighted. Naja, ja, ja. Du hast, ist doch schlimmer. Hab ich irgendwie schon mal gehört oder so, glaub. Ich weiss nicht wann oder wo. Ich hab ja schon ein bisschen gespielt, aber wenn du zuerst City hast und dann nicht mit irgendwie 15 zu 4, 15 zu 4 vor allem. Oder, also das, was wir mal geschafft haben, war wirklich 15 zu 0 und dann kannst du nicht mehr verlieren. Hä, Yassi meint nur sie ist so alleine. Oh. Es tut mir echt leid, Yassi. Die Leute stellen sich halt auf 19 Uhr ein, ne? Aber Lolli ist da. Hi Lolli. Hi Lolli. Ich hab halt keine Ahnung, wo ich hin-aimen muss, wo die Leute herkommen. Äh, du ziehst da hinten, wo dein Fadenkreuz ist. Jo, was? Jetzt erzählst du mir aber die Breaking News, Mann. Breaking News? Achso, ja, mit dir wollte ich mal übersprechen, hast du schon ge- Hab heute halt wieder mal die GameStar-News gehört. Oh, ja. Äh, und da haben sie halt heute, oder heute oder gestern, keine Ahnung, nein, von beiden. Ich weiss nicht, wer ich eigentlich geschaut hab. Äh, da haben sie halt einfach erwähnt, dass Twitch gehackt wurde, oder? Ja. Und dann haben sie nebenbei noch erwähnt, äh, es wird bald, äh, YouTube Live geben. Äh, auf der E3 wird das angekündigt, also werden die Details dazu... Und das ist dann, ja, es, also, äh, Google sieht jetzt, hat es jetzt natürlich mit Twitch noch zum Vorteil genutzt und dann ihre Features ein bisschen beschrieben, wegen Sicherheit und so. Äh, äh, okay, das ist nicht schlecht. Also auf der E3-Distik-Uni wird das dann das erste Mal gezeigt, also erklärt und die Details dazu bekannt gegeben, so YouTuber. Äh, aber es ist gedacht so auf professionelles Streaming, also, ich denk schon, dass das für uns was ist, weil wir machen ja nicht irgendwie so Herb-Durl. Streams, sondern es tut mir schon professionell zu wirken. Oh, fucking hell. Sie meinen natürlich mit Professionell so eine Liga, so dann so ein Counter-Striker-Tonier oder so, so ein Streams, okay, dann... Ja, sie tweeten, müsste es doch automatisch, oder ist es jetzt nicht mehr, seitdem ich Ding hab? Äh, mein Buzz war resettet und so. Ist das jetzt nicht mehr so. Alter, kann ich auch was treffen? Verschissene Kack! Naja, aber ich muss sagen, ich bin gespannt, dass das dieses Mute wird, weil... Wenn du schon so halb so gut ist, was Twitch eigentlich sein sollte, ist das schon gut. Lassen wir uns mal überraschen. Und, naja, Google kann eigentlich kaum was richtig versauen, die werden das schon hinkriegen. Naja, aber wo mir Breaking News angesprochen haben, wozu wir uns noch gar nicht ausgesprochen haben, oder... Gut, was gibt's viel dazu zu sagen, ist dieses, ähm, German Wings. Achso. Flugzeugabsturz und so. Was ist momentan deine, ja genau, was ist deine präferierte These? Naja, also laut Statistik ist das Flugzeug ja hochgeflogen, dann ist es ja auch wieder runter auf die 1800 oder so. Und dann ist es ja gegen den Fest gekocht. Also, jetzt kann ich natürlich ein bisschen trumpfen wegen der Info. Also, eine Flugzeugdruckkabine, also hat ungefähr eine, also die Luft, die drin existiert, der Druck und alles ist ungefähr auf eine Höhe von 1500 angelegt. Aha. Meine These ist, es hat einen Riss in der Höhe gegeben, also in der Aussenwand, somit muss ich das Flugzeug runter, das ist ein normaler Befehl, den ein Pilot ausführen muss. Ja, ja, okay. Weil das Flugzeug war nach einer Zeit auf 1800 Meter unten, das ist eine normale Druckkabine. Ja, zu tief. Ja, okay. Dann ist es halt in den Berg gekracht, weil es nicht mehr hoch konnte und irgendwie nichts mehr machen konnte und die Piloten hat... Aha. Und die Piloten haben das nicht im Voraus gewusst, wo sie lang fliegen, oder? Ja, was weiß ich, nee. Also, ich meine, nur in Not. Die andere These ist noch, dass, also, dass der Trieberg versagt, der dann im Gleitflug, wobei... Das Komische dabei ist ja, eben, dass das Flugzeug zuerst runtergekommen ist, auf die 1800 und dann noch geradeaus und dann einfach wirklich dann in den Berg rein. Es ist nicht runter, sondern es ist hoch, dann ist es so runtergekommen, so langsam runter, wie wenn es landen würde, auf die 1800 und dann ist es noch irgendwie noch geradeaus. Und dann in die Wand. Also, ich muss sagen, es ist schwer, aber meine These ist, weil es gab keine Explosion in der Luft, also ist irgendwie meine These einfach, es hat einen Riss in der Hülle gegeben, so damit, dass das Flugzeug runterkommen musste. Ja, aber warum sind sie dann so tief, warum haben sie dann den Kurs nicht gewechselt oder sowas machen? Vielleicht hat sie auch in der Dings, wo vorne einen Druckabfall gegeben, die Piloten sind ohnmächtig geworden. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Weil der Autopilot reagiert dann automatisch und schickt das Flugzeug auf... Wenn ein Druckabriss macht der Autopilot normalerweise einen automatischen Rings auf 1800 runter. Fucking shit. Also... Achso, okay. Er ist also so programmiert, dass wenn er merkt, dass... Ja, wenn der Autopilot an ist, was er eigentlich auf dieser Höhe schon war, äh, schickt er ein Flugzeug bei so etwas auf die 1800 runter. Der ist schon, der ist so intelligent, der merkt, dass wenn ich den Kabinendruck, was nicht stimmt, dann schickt das runter. Wenn der Autopilot aktiviert ist. Ja, macht Sinn, ja. Und naja, ich denke, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie die Piloten K.O. geworden sind dadurch, dass der Autopilot das Flugzeug runter geholt hat und dann, naja, halt einfach gerade weiter. Weil der Autopilot kann natürlich nicht sehen, dass ein Berg kommt. Ich bin so ratten schlecht. 30-24, naja. Naja, ich fühle mich halt wieder schlecht. Irgendwie sowas sag ich irgendwie. Oh, Silvan. Aber wir hören, sie haben ja zum Flugdatenschreiber gefunden. Richtig, richtig, genau. Die Blackbox. Ist die schon ausgelesen? Gab's da? Ich habe gehört, irgendwie in den nächsten paar Stunden oder so. Das ist aber schon wieder ein bisschen her. Soll es dann Aussagen geben, was die Blackbox so hergibt? Gab's da schon was? Wir haben gerade neue Audio-Dateien. Aha, bla bla bla. Ja, für... Okay. Oh, du schaust einfach nach, genau. Ja, die... Ich... Hauptsächlich geht es einfach um diese Schulklasse da. Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich schon dramatisch. Ja, 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 das ist, wenn sie noch öfter ist. Wenn die Schulklasse da auch noch mit, sag mal, haarsch ausgedrückt drauf geht scheiße ja aber ja mein Gott naja und jetzt kommt halt eben auch noch die Frage aktuell ist aufgekommen billig airlines ob die bei Sicherheit sparen, da kann ich gleich sagen nein, weil es gibt ein Gesetz was im Flugzeug können muss und was nicht und das ist ja auch aus solchen Abschützen entstanden, also die haben ja so zum Beispiel das typische Beispiel aus 9-11 ist hervorgegangen dass die Türen kugelsicher gemacht wurden bei Flugzeugen und die verschliessbar sind, also verriegelbar von hinten das war die Schlussfolgerung aus 9-11 ähm dann durch ein Terrorakt am Boden passiert ist bei irgendeiner Air France Maschine haben sie dazu geändert, dass die Piloten sich können, die können die hinter Fenster aufmachen, Seil raus also rauswerfen und sich abseilen also um abzuhauen also um abzuhauen ja kann man ja sagen und das ist da auch es entsteht immer die Sicherheitssachen passieren immer aus Unfällen also die analysieren es und versuchen es dann zu verhindern, oder ja, geil ich sterbe am laufenden Band Junge ja, ich glaube auch glaube ich nicht, dass die da schwarzen Herrgott, noch eins kann ich jetzt aufhören zu verrecken wie so ein Spasti, ey ohne Scheiss wo sie sparen, ist im Service also weisst du, bei Essen und so aber das hat nichts mit der Sicherheit zu tun nö naja, ich bin mal gespannt, warum das Flugzeug abgestürzt ist aber irgendwie gute Frage gute Frage aber ich denke schon, dass die Piloten irgendwie K.O. gegangen sind ist schon ein bisschen, weil egal wie dumm ein Pilot ist, äh das Flugzeug hat weder eine Links- oder eine Rechtsausweich- oder eine Höhe- nach oben-Ausweichkurve versuch zu machen, das ist wirklich in den Berg rein, oder? ja, es gab quasi gar keinen Input mehr also der Autopiloter war natürlich voll in meinem Modus drin Junge, so ein Typ steht hier reglos vor mir schaff's viel nicht, ihn überhaupt zu ballern, ey lass uns heute bitte kein Ranked spielen auch nach dem Essen bist du sott dann... bin ich gestärkt, jawoll ein bisschen gewärmt, weil dann ist dein Körper ein bisschen mit warmem Essen voll dann... mit warmem Essen voll wie das klingt Loli meint, sie hört grad voll gespannt zu finde ich cool ja Silvan hat ja auch ein bisschen mehr Wissen als ich über Flugzeuge von daher ist das gar kein so schlechtes Thema Herrgott, noch eins ich mein, da hinter uns, so in dem Wald oben, so da sind jetzt 200-300 Meter, da ist ja auch mal ein Flugzeug rein hm weil, äh, der hat der Höhenmeter nicht gestimmt und das war neblig, der hat gedacht, er sei höher und hat dann immer weiter und der P-Zock hat gesagt, wir müssen jetzt runter aber dabei war er schon fast auf dem Boden ja, kommt immer wieder mal vor so was, ne shit happens aber der beste Unfall ist einfach der, wo ein Mechaniker bei der vorderen Scheibe, also der Windschutzscheibe am Flugzeug, äh, falschen Schrauben genommen hat und ist die während dem Flug rausgefallen die Scheibe, der Pilot hat's rausgesogen der Co-Pilot kommt ihm gerade noch so am Gürtel packen oh mein Gott hat das Duodez ihn festhalten müssen der Pilot und so, der war so halb aus dem Fenster da außer, der konntest du nicht mehr zurückziehen der war der Strom zu stark, oder? hm, ja dann konnten sie aber halten also, da haben sie gehalten so, das Duodez hat ihn gehalten und der Co-Pilot hat das Flugzeug nach Not gelandet und der Pilot sah aus dem Fenster raus Alter aber da ist keine, da ist keine verletzt worden niemand shit oh, was da ein Dusel aber, weißt du, das muss so den Piloten festhalten dass er nicht aus dem Fenster geht Junge, Junge und der bangt um sein Leben da, Alter ja, weißt du, du hängst so der guckt da quasi zum Fenster raus hängt raus und denkt sich so fuck, 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 fuck ja, ich geh so Alter da würde ich tosen Tode sterben und dann noch heil unten ankommen her jo ich sag mal, der Co-Pilot kann ja auch fliegen also, das ist nicht das Problem, aber ja, natürlich, aber Alter während der da raushängt, muss der den muss der da landen what? die Stewarder ist wahrscheinlich voll am Rage und so, oh mein Gott, oh mein Gott ich kann die nicht mehr halten ich glaube, es waren zwei am Schluss oder drei sogar, die sich dann so auch noch gegenseitig unterstützt haben hm oh, Mona ist da und mein Bubu, du streamst ja schon ich höre dich also was, ich höre dich nicht, also schreib oh dann brauche ich das jetzt wohl nicht groß kommentieren ist klar oh oh Leute ähm weiß ich nicht vielleicht hat sie muss sie grad leise sein oder so was aha ja ich weiß es nicht oh shit oh shit SHIT wieso ziehe ich den Leuten eigentlich immer nach ich muss mir das abgewöhnen ich ziehe immer nach und dann schieß ich wieder daneben und dann ziehe ich wieder nach und schieß wieder daneben richtig dumm von mir immer ich hasse es, wenn ich das mache wie kann ich es dagegen tun? es ist so ein ah so ein Drang oder Lolli fragt einfach genau Lolli übersetzt mal oder sag schreib mal immer was wir sagen Stefan, wenn du da bist, kannst du mir geile Pro-Tipps geben kannst du mir zugucken und mir sagen da machst du einen Fehler, da machst du einen Fehler das ist glaub so ein richtig richtig intensives und gutes Training wenn du so einen Coach quasi hinter dir sitzen hast ja klar ich mein das machen dir in den Ligen bestimmt auch das ist doch bestimmt wie beim Fußball da ist immer so ein Trainer ja ja der läuft immer im Hintergrund und der reinet ja während im Spiel mit ja natürlich er hat ja auch ein Headset dann das war ja bei Nip das geilste da ist der einfach, ich weiss nicht mal wie der hieß aber der ist eben so ein übelst bekannter bei Nip der hat, er war 4x1.6 Pro-Nerd das Team ah ja das war das was du erzählst ah ja das stimmt der ist ein Schwedenfahne der ist jetzt so ins Turnier mit der Fahne so auf so reinmarschiert sie sind so im Hintergrund weiss die zocken so voll voll konzentriert und im Hintergrund der mit der Flagge so HULULULULU ich bin Batman ich mein Superman also ne das spürt noch nicht ich mein Schwedenman aber trotzdem das ist einfach cooler Typ auf jeden Fall ist mir sympathisch glaube ich der ist der der ist der egal aber ich weiss nicht mehr wie er hieß oh Gott bin jetzt getroffen Fliflarm X ist das ist der AWP get right oh shit wie ich zitter Mona ich bin am Essen und wenn ich jetzt lautstark anmach dann kommt nur URE LUTCH MEIN SCHWANZ oder irgend sowas und mein Papa muss das ja nicht mitbekommen hashtag an Foulas ah ist klar ihr könnt Mona mal ausrichten dass ich es gelesen habe und zur Kenntnis genommen oh warte muss man Mona schnell was fragen oder kannst du mir das beantworten musste es jetzt ja oder nein bitte? musste es jetzt nö 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 nach meinem momentanen Wissen schon nö ok oh Gott ich hab drei Leben läuft da gibt's noch n Kiel ja Silvan wenn du da bist dann musst du mal im Hintergrund sitzen während ich am zocken bin ich schrei dir dann zu voll so aus du scheiße du Lusche voll kacke gemacht ne ne wie so ein Coacher scheiß doch mal endlich wie bei dir Coacher beim abgehen aber so ein Arschloch da schreit sie doch auch immer rum so geh da hin und da hin und mach das und das siehst du denn nicht dass der da kommt mein Gott am Schluss würde ich am liebsten zu dem hingehen so ja geh doch selber spielen das spiel doch alleine wenn sie nicht passt sich nur ein bisschen spawnt einer hinter mir oder läuft hinter mir keine Ahnung auf jeden Fall war er plötzlich nach mir ja jetzt hat er sich geschrieben ich hab's gelesen und zur Kenntnis genommen oder in andere Reihenfolge ist ja auch egal da stopp uuuh das ist ja ein Teammate ich dominier jetzt ich dominier jetzt gegen so'n Spost nice one das freut mich aber das freut mich aber hm das ist ja ein Teammate nur seine Waffe raus ich so um mal drauf schießen oh 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 Gott dann kommt deine Ome Ecke wenn du am Laden bist oh da ist wirklich einer hinter dem Blut versteckt shit ich dachte mir so hä ist da einer aber dann neee ich glaub nicht es ist so dunkel dass ich es nicht sehe das ist manchmal so voll behindert an dem Ding ähm an dem Blut wieso kann ich auf Hitbox also bei mir läuft's auf Hitbox Mon sie hört's ja nicht sag die mal bei mir also bei Sylvan läuft der Stream aber okay auch wenn es ein Spraydown war aber auf die Distanz konnte ich zwei Leute nicht anders umbringen uuuuh das hat mich übel schön genast das war ja Lolli das kriegt man gar nicht Mono dran Lolli meint noch das nervt mich gerade wieso kann ich auf Hitbox achso das war das so ja also bei mir läuft der dann Lolli ich dachte so jetzt hat Mono geschiebt weil sie beide so gering sind achso du guckst auf die Farbe mir ist ja nicht farbig ja aber ich guck übelst auf die Farbe ja ist das aber schon ey Sylvan wo ach du bist ja hä warum bist du zwei unter mir obwohl der eine nur 30 28 komisch ok Sylvan was los wo, 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 wo bleibt dein wo, 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 wo bleibt dein achso Mirage ah Alf schaut auch zu und hat Hallo geschrieben Hi Alf Lolli meint sie war schon immer grün Mona hat das grün also jetzt weggenommen oh oh shit so mal Terrorist spielen was jetzt bin ich Terrorist mhm Magic Arnuss deadna meadow äh was spiel ich ak ak ich probier mal wieder ein bisschen die oh erster schuss erster headshot erster kill one kill nein one shot one kill auf deutsch übersetzt kommt klingt übelst kacke ein schuss ein treffer heißt sie auf deutsch naja kill ist ja nicht wirklich ein treffer ja aber wenn dann wärs ein ein schuss eine tötung eben auf deutsch heißt es aber eben ein schuss ein ein treffer also sprich wort äh nicht wort wort übersetzt sondern jaja sinngemäss ja eben aber ich find das englische klickt einfach hundertmal besser one shot one kill ja tut's definitiv hä der eine typ hier steht immer nur einfach nur rum steht nicht das ist irgendwie seltsam wow triple headshot kill master guardian swag die wollen meint das lädt schon wieder warte ausrott seinen hitbox yvonne du musst schon den namen dazu schreiben lolli nicht nur ausrott seinen hitbox dann geht's ja an dich gott omg mein gott diese noobs nöhe diese moderatoren noobs what awp von hinten in den rücken nice nice shirt ich hab schon eh den triple kill gemacht shit oh dead spray control äh recoil control spray control ja ich kontrolliere mein spray das geht alles nur in die mitte haha du konntest nicht die waffe also du konntest nicht den spray haha so läuft das bei mir du konntest die kugeln lenken nachdem sie aus der waffe ausgetreten sind jup so machen das die richtigen pros nicht so ne leute wie du haha wenn du pro werden wirst dann darfst du mal schön lernen zu schiessen im laufen ohja das muss geil sein ja das muss echt geil sein also ich denke das ist so gibt's da echt auch nen spray pattern naja das ist ein bisschen schwer zu sehen weil du dich die ganze zeit bewegen musst dafür ja aber du sagst aber ich glaub es gibt einen aber ich glaub es gibt einen oh shit der war übel denn ich oh gott da kommt der nächste weil ich hab schon in also zumindest ist das mein test dass die manchmal schießen die wirklich einfach im Dauer laufen bei so dem Turnier da läuft der und schießt und trifft noch weisst du so den Kopf so einschliessen das ist trotzdem der Kopf immer laufen ja das ist natürlich echt krass wenn du's drauf hast ich mein ich bin froh wenn ich ein bisschen das spray patterner Waffe bekomme ja schon wenn ich wenn ich runter ziehe während ich am schießen bin what immer diese AWP jesus um jede Ecke steht einer wow also der fuck hat das AWP fight up and up and up nuh nuls ok so ich hatte zwar eine AK aber trotzdem Kopf ist Kopf ja ich würd's einfach übertrieben mit AWP in den Kopf macht einfach mal gleich so 458 Schaden so das hatten wir doch schon goddammit warum rennt er denn mit einer Pumpe herum what kind of shit is das und der eine Typ rennt grad direkt in mein in mein Feuer und kriegt einfach nen Kopfschuss ab schlauer Mann richtig schlauer Typ goddammit kommt wieder einer um die Ecke nicht normal ist das ich hab übrigens das neue den gestrigen Stream auch schon wieder hochgeladen ich hab mir das jetzt echt vorgenommen das zu machen immer immer schön immer schön alle Streams hochladen einfach direkt die Beschreibung in alles rein machen und Tags und so oh Gott wie schlecht der gerade wieder ah aber geht auch so ok da ist keiner mehr ja immer auf die Mini äh immer auf die Mini Map zu gucken ist auch immer nicht so einfach finde ich äh Dreck linkes Auge nach oben äh wie nennt man das im Hochdeutsch? Schielen? Schielen? Schielen ist schon ein Hochdeutsches Wort ja ok dann hochschielen wie will ich mit dem linken Auge hochschielen? ja ich muss ja mein so im Augenwinkel also im Augenwinkel bisschen behalten du musst halt ein bisschen das Gefühl bekommen was bei dir dann rot und gelb ist oder halt eigentlich eigentlich musst du wissen wo rot und SHIT oder du machst halt ab und zu einfach mal den Blick nach oben ja mach ich meistens so also ich hab ja dann gewöhnt ich bin ein bisschen ein Auge ein Auge ist da bei mir immer ein bisschen da oben echt ok so komisch rumschielen kann ich dann doch nicht also ich bin auch kein Chameleon aber ich hab auch einfach wenn ich auf die Mini Map schaue ist mein äh rechtes Auge immer noch ein bisschen mehr auf das Fadenkreuz fixiert aber Chameleon war jetzt ein super Vergleich muss ich dir mal lassen ja Chameleons können ihre Augen überall hinbewegen ich weiß schon ich weiß schon Chameleons sind meine Lieblingssieren wie kann man da denn noch klar sehen aber ich mein das Gehirn ist halt das Gehirn hat halt Swag oh lol ich hab grad einen gekillt wobei ich gedacht hab er bleibt eh in der Spawn Protection stehen und oh shit ok der hat ne Hopp ich lass den jetzt sein schießt du eigentlich mit der AK wirklich immer nur einzeln also wenns wirklich längere Distanz ist ah doch auf längere Distanz schon da versuche ichs auch immer mit nem Doppelschuss aber das ist schon irgendwie echt scheiße ungenau vor allem wenn die Distanz weiter wird dann ist der zweite schon so verzogen dass er eh nix mehr trifft ich geb zu hauptsächlich bös dich egal welche Distanz hab ich weiß halt ungefähr das wenn man grad mal dabei ist alter mit den Waffen rumzuspielen und einmal so hin und her switcht dann kommt schon einer um die Ecke gesneakt 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 vor allem also ich hab ein Def Magic die sneakt hast du bis jetzt für etwas gebraucht und zwar um im Corners zu gehen scheiß doch die Wä- Magic Anus du bist ne Bitch Magic Nächste Magic Anus Da fucking shit Krotzer Kann der jetzt aufhören die ganze Zeit um jede scheiß Drecks Ecke zu kommen ey Nein Kill Cloward Das war mein Knife kill Ah shit Hab ich doch gewusst dass da einer kommt Die Minimap hat's mir doch verraten Aber trotzdem krieg ich ihn nicht Ok da steht ein AFK dann lassen wir ihn Lassen wir ihn in AFK sein Knife hin Oh shit Ja jetzt gibt er mir natürlich die Orb Ist doch klar Wenn ich dann ein Stück weggelaufen bin Sieht er fickt euch alle mit eurer Orb Ohne Spaß Ist richtig behindert diese Orb Ja Die nächste aus dem Pit Läuft Voll awesome Bist du eigentlich auf Hitbox nebenher Silvan? Ja ein bisschen schon Bisschen Aber das steht nicht wieder oder? Ne Also das ist ja normal aber Eben Wollte ich seh wieder ein bisschen Ich kann nicht so gut in den Chat schauen Ja schon ok Klar bei ECS ist immer echt schwer Geht mir doch auch nicht so viel anders Oh shit Oh da ist wird einer gespawnt Weg da Ohhhh Der Headshot war nicht schlecht Nicht gut aber nicht schlecht War halt ein Headshot Was gibt es an einem Headshot schon auszusetzen? Oh Gott Ich glaube auch manchmal liegt es ein bisschen an meiner Reaktion einfach echt What the Was? Woher denn? Kannst du mal eine englische Übersetzung machen? Yvonne? Hast du den ganzen Tag nur englisch zu tun eigentlich? Kann das sein? Ich höre von ihr nie was anderes als englisch Ja sie tat sehr englisch freundlich Versucht es jetzt mit der AK wieder einzelne Schüsse zu töten Schönes Aiming trainieren und so Und äh Chrissi ist auch da Hallo Chrissi Hi Chrissi Der Chrissi Hiiii Chrissi Chrissi Es ist auch nicht Chrissi Das klingt irgendwie wie Chrissi Diese Pflanzen da Das klingt allerdings sehr komisch ja Oh ich wollte doch einzelne Schüsse abgeben Oh ja da steht schon wieder einer Ist klar ist klar Wart nur da Der GS steht immer nur rum Wenn er Leute tötet Steht da einfach Nein Warte ich mal zwei Orbs down Niedergestrickt Down gestrickt Nein 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 Gehe Lückt mich doch Ah Drecks bitch Und Spaß Ja Wie viel und wie oft habe ich jetzt um seinen verschissenen Kopf rum geschossen diese bitch Ohne Witz Ohne Witz Alter Chrissi meint auch Englisch ist geil Ja schon Können wir auch was anderes als das spielen please Druck New Pils Hab ich Ja Ja Mein Wunsch geht doch nicht etwa einer Füllung Unglaublich Mal kurz auf mein Handy gucken nebenher Ohja jetzt ist es genau 19 Uhr Ne jetzt ist vier ob 19 Uhr Hehehehe Du Hobo Ah Mona hat mir geschrieben guten Appetit dabei war ich noch gar nicht beim Essen deswegen habe ich früher angefangen Hashtag fragfurlas weißt du eigentlich schon dass ich mit Let's Plays anfangen will? Nein Chrissi Aber die muss ich mir auf jeden Fall angucken dann Oh Gott Oh Gott das kann ja nichts werden Das kann ja nur interessant werden Hm Mit der Mit der M4 Ähm Ding zu trainieren Einzelschüsse ist irgendwie nicht so schlau Ne Der Bot macht mich kalt Läuft Alter Okay das war Aber wenn du weg gehst Dann gehst du von mir ein Abo 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 gegen Abo Ne Chrissi kriegt dann auch eins von mir Ich will ihr unbedingt zugucken wie sie sich verhält beim Zocken Das muss ich Wo Warum Hurenkind Ich will wissen ob sie sich auch so aufregen kann Wenn mein teammate mir nicht nur im Weg stehen würde Ist gut bei der M4 kann man halt auch Also der zweite Schuss ist nicht so ungenau Der zweite ist fast genau auf den Punkt wieder Deswegen ist es da ist da die Doppelseife glaub einfach besser Also bei der AK Silenced Du musst dich entscheiden einfach irgendwann bevor du überhaupt weiter spielst mit der M4 Du musst dir sicher sein dass du die M4 spielen müsst Weil Was darfst ich? Äh Genau dass du die Sicht bist dass du nicht die äh Nicht geschallte M4 bist weil Beides kannst du nicht haben Jaja Was hat die Was hat die eine eigentlich dem anderen Anders gefragt Was hat die nicht gesilenced für einen Vorteil außer ein größeres Magazin Äh Nein Keinen Also noch mehr Ersatz Munition Ne Also nur Munition Ja Wer also gut zielen kann setzt definitiv auf die silenced Wer nicht so gut zielen kann und lieber viel schießt Der setzt dann mehr auf die nicht gesilencede Oder sehe ich das jetzt auch falsch Die nicht geschallte M4 kostet weniger noch Ah ok Ja Dann Ich glaub zu ungefähr 3-400 Also du kannst dir Mehr nicht geschallte M4 kaufen als geschallte M4 Die kosten mehr Gut aber ich kann von der nicht geschallte M4 Äh ich kann die Schallgedämpfte ja So nicht geschallte M4 machen Indem ich Den Schalldämpfer runterschraubt Ja also 220 Schuss kostet zahls mehr als weniger Richtig Richtig Ich finde der Vorteil einfach den Schalldämpfer zu haben Ist einfach Shit Immens weil Du schießt mal Triffst vielleicht nix weil der nur so vorbei rennt Und er hört's nicht Du musst dich auch nicht wegbewegen weil man immer noch nicht weiß ob du stehst Oh Ist klar Ja sie ist Chrissis erster Abonnent Verfickte Kacke Ich war zu langsam Chrissi meint also ich hab eigentlich alles schon fertig Youtube Channel gestaltet und bla Game of Nam hinbekommen mit OBS Und ja Ok Ja kommt halt drauf an Ähm Ja wenn's bei dir mit OBS funktioniert scheinen Ist ja easy Herrgott Dieser P3KC Geht voll ab Achso Oder Bearbeitung von Videos Aber auch so über den Youtube Hurensohn Über den Youtube Direkt nochmal Hm Alter Aber ich hab noch keinen so richtig Fan von dem bin eigentlich Aber Fickt euch doch alle ins Knie man Jetzt ist grad wieder richtig schlecht bei mir einfach Puh Ich frag mich wenns bei mir endlich Essen gibt ohne Spaß ALTER Wie kacke ich war Oh Gott Nimm ich mal die Farmers hier Oh Boah Ich seh nix mein Teemate rennt ja einfach rein wie so ein Honk Mein Gott Mein Gott Ich muss mich beschweren Na Chrissi meint sie hat schon Abonnenten sie liebt uns Hiiii Dead Hype Chrissi dann pushen wir uns gegenseitig Was spielst du denn überhaupt Chrissi? Sie wird Minecraft spielen Was ist das einzige Spiel das sie hat Und was für Minigames so Mal abgesehen von Bow Bash Jump on the run Wahrscheinlich ja Herrgott kann nicht die ganze Zeit einer hinter mir stehen Zumindest nicht die ganze Zeit Oder sobald ich jemanden getötet habe spätestens Steht wieder einer hinter mir Oder steht vor mir in der Protection Ja ab und zu ein paar Ab und zu ein paar Hab ich auch Hab ich auch in meinen YouTube Videos schon gesehen Wobei die Qualität Wenn ich immer von Twitch nach YouTube exportiere Viel schlechter wird auf YouTube finde ich Wenn ich das auf Twitch angucke Diese VOBs Ähm dann sind die absolut in Ordnung von der Qualität Bei YouTube sind sie nochmal ein bisschen schlechter Bin mir nicht ganz sicher ob das nur Einbildung ist Aber ich bin mir Also meine Meinung nach ist es so Also soviel ich weiß ist da einfach da Ich glaub das liegt ein bisschen an diesem YouTube Bearbeitungseditor Der ist Irgendwie gesagt immer noch Das ist nicht so der wirklich der Gute Bearbeitungs Wie will man das online auch machen? Ja eben Was für einen anderen Online Video Bearbeitung Was für ein anderes Online Video Also wenn du wirklich YouTube wirst Professioneller YouTube wirst Ja dann mit was Professionellerem auch Sony Vegas kostet halt SACKviel Geld Klar Shit Fucking Novakin Aber du hast ja genug Geld Ah ja Mein sie arbeitet ja aus Hure Ja Hure Hure Geld Ha locker Immer Wozu guck ich eigentlich irgendwo hin wenn da Wenn ich mich wegdrehe eh dann jemand steht Das ist Okay ich muss jetzt Krissys Kanal kurz angucken Sie heißt doch eh youtube.com slash user slash cookie Krissi Lass mich doch raten Ne das ist sie nicht Mit Unterstrichen geschrieben? Sie hat in irgendeinen Link mal gepostet bei meinem Kanal Irgendwo vorhin oder? Schick mal nochmal Krissi ich hab ihn nicht Oder nicht mehr Nur ein Unterstrich am Anfang? Ach ja und ich hab sogar schon ein Intro Nicht super krass aber kostenlos Ist doch was Oh und ich hab noch eine Benachrichtigung auf Youtube Von Lea Was hat die geschrieben? Ja Ja Ich mach einfach nur Werbung und sag's jetzt da vorbeigucken weil der Stream schon läuft Krissi sag mir deinen Youtube Namen, Kanal, Link, irgendwas, was ich finde Oder ich suche Such einfach mal bei Youtube nach Kuki Krissi Kommt da was? Ne Du kannst ja auch einfach den Ein bisschen hoch scrollen im Twitch Chat Und du nimmst einfach den Link den sie gerade gepostet hat Jaja genau Jetzt hat sie ihn gepostet Ah ja ok Oh Ist das selbst gezeichnet? Was du da als Banner hast? Sieht das doch nicht aus Sieht ein bisschen aus wie Krissi definitiv Und da hat sie Twitter, Instagram und Twitch stehen Twitch? Ja keine Ahnung warum sie Twitch da auch stehen hat Vielleicht fängt sie ja irgendwann auch noch mit Livestreams an Dann können wir noch mehr zu gucken Aktuell nicht wirklich überleben Weil man es meines schon nicht schafft Was meinst du? Meines schaffst du schon kaum mit dem 480, äh 27p's Achso mit dem O Im Internet Stimmt Weil beim Youtube-Bau ist egal Ah ok Nur dass du es weisst du bist Du musst dann ungefähr so Ich weiss nicht wie lange du hast Du ein Video hochladen Aber Umso länger es ist umso länger Aber sie hat definitiv einen Tittenbonus Das Das ist ja Schon mal etwas Ja aber der muss sie auch zeigen Weil sonst wird's nichts Das wird's gar nichts Ach was Ne, ne Im Tittenbonus geht's gar nicht so sehr um Titten Sondern einfach darum dass man weiblich ist Ja das stimmt Herrgott im Himmel kann ich aber was treffen Ja mit Krise schreibt noch seh ich so aus als könnte ich das so zeichnen und ja mit Livestreams wollte ich theoretisch anfangen Theoretisch wollte sie es scheinbar Danke Wo ist diese Hure? Ich will sie töten Verdammt nochmal Ich wurde von jemandem gerettet Geredetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Ich bin gerettet Oh dacard steht einem Ok dann halt nicht Kurva Kulto So kann ich tu Kurva Kurva! 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 Oh, ich merke gerade, dass mein Voice-Chat schon wieder entbunden ist. Auf die falsche Taste. Warum geht das denn immer vor Lo... Ach, weil ich das schreibgeschützt gemacht habe, kann das sein. Verdammt! Wenn du das jetzt unschreibgeschützt machst, hast du das Problem, dass die ganze Outer-Exec, alle Dateien dann rüberkopiert werden, das übernimmt sich die Dings und dann, wenn du was editieren willst, darfst du alle Zahlen wieder löschen, gehen in der Konfig. Oh, shit. Das ist ja so richtig bekackte Scheiße eben, das regt mich auch die ganze Zeit auf. Hä, wie ich die Hühnchen teilweise einfach nicht treffe. Ja! Jo! Kurva! Mir wird gerade mitgeteilt, dass es Essen gibt in einem sehr aggressiven Tod. Wurde mir das schon mal gesagt? Ich wüsste nicht, dass ich irgendwann Ja gesagt hätte. Aber dann bin ich mal kurz beim Essen. Ähm... Ich geh mal zurück ins Hauptmenü, dass ich hier nicht rumgammel, bis ich irgendwann rausgekickt werde. Bist du eh. Dann mach ich jetzt meinen sehr professionellen AFK-Screen rein, den ich ja immer noch hab. Ich könnte mir eigentlich mal einen machen lassen. Vom NG-Crew oder sowas, der hat ja schon was gemacht. Also, aber egal. Ey, du musst diesen Bellycock da haben. Das ist der Beste. Den mach ich jetzt auch rein, ich geh kurz zum Essen, deswegen hab ich ja eine halbe Stunde früher angefangen. Und dann bin ich nachher wieder da. Ich hoffe es dauert nicht allzu lang, aber das entscheidet meine Essgeschwindigkeit, die nicht so übertrieben wie Silvans ist. Also, bis nachher. Bin mal weg. Schau, schau, ich mach Musik an. Bye! Und mein Mikro muss ich gleich auch noch üben. Musik ab. Bis dann, tschüss! Musik ab. Musik ab. Musik ab. Musik ab. Musik ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch jetzt einfach mal b-planten ist mir scheißegal oder auch nicht oder vor sich gefilmt GameCraft du feiert mich scheinbar trotzdem Dankeschön wenn ich mit meinen Skills in CS nicht so wirklich zufrieden bin um das mal oder klar zu stellen jetzt auch der Baustelle ich vor einst ein Jahr also weißt du das kommt ja natürlich kommt man muss nur oft genug zocken dann wird es schon die Erfahrung macht halt auch viel einfach die Erfahrung und die Probe auf das Problem ist ein bisschen was tun nur noch zwei bis hin bis zum Mausgarten zweites sind was für Träger auseinander naja das ist halt so ein ganz minimale Unterschied das Problem ist es geht die Wetter drauf so zusammenzustellen das Problem sind die dem Mausgarten gegen den Oberhaus gewinnt der Mausgarten einfach die Bündnis auch nicht mehr so 19 bei dem Motiv ist die gleiche aber es ist auch ein bisschen die gleichen ja ja wir kommen schon noch zusammen wir müssen bloß noch keine Ahnung 20, 30 Spiele zusammen zocken dann kommt es schon langsam bin ich mir sicher es wird schon ja es geht nicht nur um die Spiele sondern auch wer sie spielt meint der Alf dann jetzt gerade wieder Hashtag an Fohlers ja ja klar die Person die das Spiel spielt sollte einem dann auch dementsprechend ein bisschen sympathisch sein wenn man die Streams dann auch angucken will da gebe ich dir vor allem ganz recht ja ist richtig klar scheiße die Smoke ist hässlich ja ich finde bei einem Stream ist es auch viel wichtiger wer streamt und nicht was er streamt ja jemanden den ich nicht gut leiden kann dem schaue ich doch bei einfach jedem Spiel zu juckt mich doch nicht was er spielt oder doch oh shit Waaah dammit gerade noch so im Augenwinkel den einen Typ kommen sehen war aber zu spät oi ich habe noch einen einzigen Typ und dem schaue ich jetzt zu ganz alleine muss es verteidigen oh einen hat er oh ja gegen den Orb oh 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 und Lolli ist wieder da WB WB Lolli Boah der leckt bei mir ein ganz klein wenig hm also 160er Ping was 160 60 60 ok 60 ist in Ordnung wo steht es links steht es genau was hab ich denn überhaupt wo stehe ich überhaupt da unten du hast den gleichen Weg du wirst ein bisschen höher ja aber die paar Millisekunden da macht die Reaktion doch nochmal einen ganzen Batzen mehr aus als das bisschen scheiß die paar Millisekunden kann man sich schenken genau so wie es immer heißt das PS2 besser wäre weil es ja Interrupt basierend ist im Vergleich zu USB Mäusen und Tastaturen aber aber dieses dieses minimale bisschen glaube ich nicht dass es wirklich einen Unterschied macht die Campen echt auf dem Kapuf Häuschen obendrauf gibt es überhaupt noch andere außer ich kann also ich glaube du kannst gar keine mehr kaufen solche Mäuse oder was meinst du? äh wie hast du gesagt Interrupted Mäusen da achso ähm doch doch bin ich mir ziemlich sicher dass es die noch gibt die PS2 meine ich schon also meine hallo meine hat vergoldete vergoldete Kontakt hier Gamecrafter meine ich finde es lustig dass wenn man wenn ich nach Paluten suche dann wirst du mir an zweiter Stelle und da dachte ich angezeigt fehlt da aber egal und dann dachte ich mir ich schaue mir dich mal an da du zurzeit Stream gemacht hast ja klar ist ja auch so der Gedanke warum das da im Titel steht bisschen auf sich aufmerksam machen muss irgendwie muss man ja das auch ich meine wie werden Leute denn sonst auf mich aufmerksam weil sie die tausend Leute überspringen und dann irgendwann zu einem Streamer mit zwei Viewern geht naja ich glaube ich meinte ich habe eine PS1, PS2 und PS3 das war nicht was wir gerade mit PS2 meinten der Stecker der alte Maus und Tastaturstecker der Runde jeweils lila und ähm grün markiert die der nannte sich PS2 es geht hier nicht um ne Playstation sorry kein Penis wie ne Playstation Hashtag PC Monster Race Niemand juckt ne Playstation Hashtag PC Monster Race oh yes bro zum Beispiel zum Beispiel mit dem Maus dem Mausbett ist es viel schwer zu aimen oder besser gesagt viel einfacher zu aimen äh ja spiel mal CS auf der Konsole das will ich mal sehen dass du gerade da was tippst ja gut die Pros die spielen schon auch nicht schlecht also so richtige Playstation Pros oder sowas die spielen nicht schlecht ko u